Oh yes! Stoney Moe bei den Rhythm Keepers, seid ihr bereit, Mann? Hier sind Wald aus Glaspfeifen am Start, da ne Bong und hier ne Bong und da ne Bong, Mann. Alles klar? Mach mal die Hände nach oben für den Rhythm Keeper Sound, nach links und nach rechts, denn jetzt wird's so richtig laut. Mach mal die Hände nach oben für den Rhythm Keeper Sound, nach links und nach rechts, jetzt wird's so richtig laut. Ich bin Exordinaire, Penetranten, nicht dein Freund. Wiggle das Weed in das Wigglepapier und du wiggelst dir einen Schein. Denn du hast nicht so viel Glaspalten wie ich, ich hab eine für die Rhythm Keepers, eine nur für mich. Und eine für vorm Schlafen und eine für danach und eine für beim Essen und eine für ins Bad, doch für scheißen. Da reiche Standardbong nicht aus, ich hab eine, die beim Drücken hilft, Geruchfilter zieh raus. Und für abends, hab ich was ganz Spezielles, eine Bong, die im Dunkeln leuchtet, wenn es draußen nicht so hell ist. Eine ist ganz dreckig, weil ich sie niemals putze und eine steht im Schrank, weil ich sie nicht benutze. Dann hab ich ne große für den Wohngenuss hinstehen und die im Auto ist ganz klein, damit die Cops sie nicht mehr sehen. Und meine blaue, die geht automatisch Feuer, Preis ist zwar nicht günstig, doch Computer gesteuert. Mach mal die Hände nach oben für den Rhythm Keeper Sound, nach links und nach rechts, denn jetzt wird's so richtig laut. Mach mal die Hände nach oben für den Rhythm Keeper Sound, nach links und nach rechts, denn jetzt wird's so richtig laut. Wäre Kiffenschule, hätte ich das Abitur, ich will mich ganzer therapieren, deshalb mach ich eine Kur. Und das Beste, ich muss mir Kassi selber kaufen, weil die Rhythm Keepers auch gern an meinen Pfeifen rauben. Ich hab das 100 Pfarrer an Bonds, was du zu Hause hast. Meine Sammlung ist so groß, ich hab nen Käse an den Ballast. Und für meine weiße Pfeife hab ich ne Schwarze zum Kontrast, eine Tragbare zum Wandern und eine für die Rast. Und meine Lieblingspfeife rauch ich manchmal einfach so, oder simultan, zusammen mit dem Ruh. Übelst illegal, ist sowas allemal, deshalb hab ich auch für Babylon ne Getarnte im Regal. Militär sieht sie aus, nur für Krieg ist sie nicht tauglich, trotzdem mit Schalldämpfer, dass sie im Einsatz nicht zu laut ist. Echt, schon glaub ich, Pfeifen sammeln ist mein Hobby, und hätt ich eine Villa, wären 20 in der Lobby. Eine steht im Keller, wenn ich einmal lachen muss, ich hab eine für die Straßenbahn und eine für den Bus. Eine hab ich eingepackt, falls ich umziehen werde, und eine steht am Friedhof, falls ich unerwartet sterbe. Die Hände nach oben für den Rhythmkeeper-Sound, nach links und nach rechts, denn jetzt wird's so richtig laut. Mach mal die Hände nach oben für den Rhythmkeeper-Sound, nach links und nach rechts, denn jetzt wird's so richtig laut.